Unternehmer sitzen häufig auf großen Liquiditätsreserven und unternehmerischen Geldsäcken und sehen oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Liquidität wird häufig in der Ferne gesucht. Oft verbunden mit großen Auflagen, Restriktionen und Schwierigkeiten. Gerade die Liquiditätsversorgung über Banken wird immer brüchiger und lückenhafter, unberechenbarer und unsicherer. Dies belastet die Unternehmer sehr. Aber es gibt immer eine Alternative. Es ist einfach, firmeninterne Finanzquellen zu erschließen, diese zu optimieren und strategisch wichtige Effekte von der Mitarbeiterbindung bis zur Bank in Unabhängigkeit zu erzielen. Einfach, leicht, effektiv und maßgeschneidet. Das Rad muss dabei gar nicht neu erfunden werden, sondern es stehen seit Jahrzehnten in Großunternehmen bewährte Instrumente zur Verfügung. Oft versperrt das Naheliegendste bzw. die Bequemlichkeit den Blick. Und es ist nur ein Perspektivenwechsel notwendig, um die Liquidität und den Geldsack erkennen zu können. Fels hilft Ihnen in der rechtlichen und administrativen Umsetzung. Wir liefern passgenaue, maßgeschneiderte Lösungen. Unsere langjährige Erfahrung zu Ihrem Vorteil. Da lacht der Unternehmer und sein Unternehmen wächst und entwickelt sich frei und unabhängig. Fordern Sie noch heute Ihre Potenzialanalyse an. Nutzen Sie diese Gelegenheit und lassen Sie sich die Liquiditätswirkungen, die erfahrungsgemäß in den ersten zehn Jahren bereits zwischen 25.000 Euro und 35.000 Euro im Mitarbeiter liegen, individuell berechnen und überzeugen Sie sich von der Mitarbeiterbindung und den Vorteilen in der Mitarbeitergewinnung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017